Herzlich Willkommen zu Let's Play Team Fortress 2 auf der Map Badwater Basin So heißt sie nämlich, Frachtbeförderung spielen wir mal diesmal hier als Hoja mit dem zornigen Strohhut, schicke Uniform und dem Allvater Und meine neue Lieblingsdorf, den Carbonado Botkiller Raketenwerfer Ausführung 1 Ja, das sieht einfach ziemlich nice aus, vor allem wenn ich jetzt nicht diesen Grafikback hätte, der so komisch schwarz aussehen würde Naja Und hier, was soll man sagen, ich glaube ich würde erstmal online gehen Das witzige ist ja, sowieso, wenn ich online gehe, dann fragen mich die meisten, ob ich aufnehme Obwohl ich dafür hier eine eigene Teamgruppe habe, aber, naja Okay Diese Lacks sind normalerweise normal, wenn ich online gehe, aber so extrem 3,4,4,S Das ist schon eine dicke Nuss Und ja, da ist eine Sentry Gun Ich bräuchte gerne mal einen Medic Na, verdammt Ich hasse Sentry Guns Vor allem habe ich jetzt den Market Gunner und den möchte ich auch ab und zu einsetzen können, falls sie die Gelegenheit natürlich ergibt, nur Aber, wow Okay, diese Lacks sind extrem Bis gleich So, ich habe jetzt einige Tasks geschlossen und jetzt habe ich auch sechs die FPS, flüssig, was sich natürlich ergibt Mann, ich bräuchte jetzt dringend einen Medic oder so Wir haben hier fünf Soldier, sage ich mal Habe ich sogar fast richtig geschätzt und kein Medic Tja Da würde ich mal sagen, können wir doch gleich unseren neuen Den Impfarzt ausprobieren Das ist nämlich eine neue Sekundärwaffe für den Medic Mit dem man verschiedene Resistenzen Auf das Heilziel Übertragen kann Ich glaube Man bekommt 10% Resistenz während der Heilung und bei einer Überladung 75 Glaube ich mal, ich kann ja gleich nachgucken Auf jeden Fall ziemlich nett Und man hat immer mehrere Überladungen offen, das ist auch sehr schön Muss man sich nicht immer darüber ärgern, dass man Keine Ahnung Eine Minute lang Ach, leck mich doch Dass man eine Minute lang braucht hier, um Die Überladung zu bekommen Und Dass man die dann letztendlich nicht bekommt, sondern vorher stirbt Etc, etc Auf jeden Fall hat das Ding sogar eine neue Maustaste bekommen Uh, extra Eine neue Taste für diese Waffe Das ist witzig Ich glaube, das ist Explosion Das ist Feuer und das ist Kugelresistenz Joa So Ups Da will ich mal sagen, machen wir hier Feuerresistenz Huh Oh ja Na So Überladung Na los Drei Muss schon sagen, diese Map wird ziemlich interessant Ich Trauig ist, dass ich nicht mal alle Valve Maps kenne Weil ich so gut wie nie auf offiziellen Maps spiele, aber doch Ja, das ist eine offizielle Valve Bin nur Sehr selten auf anderen Spielmodis als Wie soll man sagen, als CTF drauf Und joa, das mag schon was heißen Na Der hat Der hat nur noch mal eine Rakete mehr vor, oder? Ja, glaube ich schon Auf jeden Fall ziemlich interessant die Waffe Ein bisschen komisch zu spielen, aber Interessant Oh, verdammt Okay, das brachte jetzt nicht viel Wir haben da wieder ein paar Sniper oder so Das finde ich nicht gut Oh Spy Verdammt Ich glaube, wir müssen hier in die Offensive gehen Sonst werden wir das nicht schaffen Oh nein Jetzt kommen die ganzen NGs und so Oh Gott Oh Gott Zip Zip Ja, ja Ich über ein bisschen mit dem Rocket Jumpen Verdammt Was mich aufregt Das sind Bodyshots, wenn man mitten in der Luft ist Jupp Das Ist eines der Sachen, die ich überhaupt nicht leiden kann Buh-dub-dub-bam Dup-dub-dub-dub-dub-dub Otter, nicht den Notarzt Mensch Otter Naja Egal, machen wir das Beste draus Was ist hier mit? Dafür habe ich jetzt gleich zwei Medics am Hals Boah Jetzt gleich doppelte Power Das finde ich gut So Pyro Ja, ja Danke Na Aha Aha Spy Oh, verdammt Das hörst ich auch, wenn man Market Garner Kill machen will, aber man einfach auf den Kopf springt und überhaupt kein Quid auslöst Das ist auch eine der ärgerlichsten Sachen, die es gibt In Team Fallout 2 Nicht sehr ärgerlich, aber doch Schon ziemlich nervig Nein So Das war's wert Scout So Nein Nein Verdammt Ich muss schon sagen, ich habe auch wieder ein paar Lacks Wahrscheinlich aber nur, weil ich die Grafik wieder aufgebessert habe Einfach nur für die Aufnahme ist Ja, besser für alle, würde ich mal sagen Und was man noch sagen soll Ich habe vielleicht vor Vielleicht Vielleicht auch sehr vielleicht In der Zukunft einen Duell-Kommentarier zu machen Also natürlich Team Fallout 2 Du musst ihn natürlich erstmal gucken Wow Mein Wecker Hüße Verdammt Los Oh, Kritzkrieg Das ist nicht Das ist schön So Nein So Verdammt Habe ich zu spät bemerkt Ich muss sagen Für 5 Minuten und 30 Sekunden sind wir Weit auf Los Quidzkrieg Nein Spy Okay, jetzt sind wir richtig belagert Verdammt Mal Nein Mal 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 What the hell Oh verdammt 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 Ich weiß gar nicht mal Wo hier die Midi Kids auf dieser Map sind Ja doch Hier Da Madic Wo ist der Madic Oh man, davon rede ich, das ist, sowas ist schon, das wird einem peinlich, wenn man sowas verborgt, wirklich. Jupp. Und da sind die ganzen Medics an der Front, wo ich auch hin sollte. Zip. 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 Woa, woa, woa. Medic, komm noch her. Mensch, geh nicht in die Offensive. Nein, ich bin am Arsch. Yup. Das gegnerische Team hat einfach zu gute Spieler. Spice-Happing my eyes. Oh nein. ach ja warum baut der angie da sein dispenser hin warum warum darum und so nein ich glaube ich sollte nicht so viele rocket jumps machen das bringt nicht viel ich brauche hier einen medic ich bin frei bei laun im spaun da 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 nein ich bräuchte hier mal dringend medic guter luft schuss kann man sagen ja medic da ist er ja da ist er ja ja nix checker mein freund fast überladung go go oh ja diese kürze können jetzt genau gebrauchen los helft mir warum warum haben wir so viele teammitglieder und na egal das ist etwas das ich immer wieder ein teamfotozeit verstört und außerdem werden euch teammitglieder so lange anstand das ist schon generell ein zeichen dass es ein spy ist verlauern verlauern hier haben capture capture ich habe fast diesen punkt erreicht ach leute 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 was macht ihr da was macht ihr da ich hoffe mal dass schon witzig wie die meisten punkte hier das sniper hat los euch ist schon klar dass wir hier innerhalb von weniger als eine minute den punkt capture müssen um zu gewinnen nee um nichts zu verlieren so am arsch jup wir sind am arsch die ach du scheiße gott sei dank jetzt sind wir auch endlich das war noch endlich weiter nach vorne verlegt lecken mich Na, wow. Verdammt. Ja, kommen wir für Minuten hier. Ich mache jetzt nicht Rocketjumps und so, sondern ich nehme die Schrotflinte. Uh. Ich habe schon wieder ziemlich wenig FES, was auch ziemlich nervig ist. Na, wer ist da heavy? Was ist da heavy? Ups. Ja. Muss schon sagen, weißt du was? Ich spiele jetzt hier einfach mal als Power Wombie. Mir langt es einfach. Die ganzen Tausend Solcher und Pyros hier, die um die Gegend flattern. Da werde ich mal einfach erst so reflektieren und so. Nope. Und dann sage ich einfach nope. 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 Einfach nope. Nope. Verdammt. Da sind die mir entgegengekommen. Pädobär, netball. Ja. Am Arsch. Am Arsch. Oh. Geh doch, Solcher. Ist meine Lieblingsklasse. Nope. Oder doch. Hier, dem Moment, dem Moment. Wollen wir Medic. 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 Least den Chat. Dann nicht. Nope. Ja. Na ja, klar. Ach. Wisst ihr was? Ich räume einfach von hinten auf. Als Spy. Ach. Ich räume von hinten auf. Äh. Jo. Bop. 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 Dab. Dum. Es gibt nur ein kleines Problem mit diesem Pyro. Ich hoffe, da konnte ich mir jetzt den Scout oder so entgegen. Nein. Wunderbar. Wunderbar. Nein. Er hat schon geahnt. Warum nehmt ihr die K-Bar und... Ach. Na gut, wenn du zufrieden bist. Warum hab ich eigentlich meine... Ne. Egal. Ne, ne. Schon... Ist okay. Ist okay. Bin zufrieden damit, dass wir fast verlieren. Und so. Irgendwo. Irgendwo. Danke. Ist mir jetzt egal. Ich will hier jetzt cappen. Worth it. Los. Das schaffen wir. Nein, nein, nein. Verdammt. Das wäre jetzt ziemlich zum Vorteil gewesen. Nein. Verdammt. Los, bewegt euch vor Ort. Scouts, Scouts sind etwas, das wir auch gut brauchen. Wenn ihr... Ach. Wascht doch einfach durch. Ach. Diese Logik, sich an einzelnen Gegnern aufzuhängen und nicht einfach weiter zu gehen. Ich meine, diese paar Sniper und so. Ich meine, guck mal, wenn man ein Scout ist und mich gut kontrollieren kann, gell? Ich wollte nicht so viel Rocket Jumps machen, ich weiß. Dann braucht man doch eigentlich nicht auf diese Sniper zu achten. Meiner Meinung nach, ne? Und hier. Wir sind am Arsch. Tschüss. So schnell geht's. Und ich würde mal sagen, hier beende ich diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Auf einer anderen Web mit anderen Waffen. Tschüss. Und ich beden. Tschüss. Tschüss.